Da bin ich wieder, Montagmorgen, sehr spät. Ich habe bereits die Heizung im Auto eingeschaltet, zwecks Scheibenabdauung. Der Volksschüler fährt jetzt demnächst in die Schule und ansonsten tue ich nicht viel. Schauen wir mal, wie das Telefon heute klingelt und schauen wir mal, was das Internet im Schulzentrum macht. Ich bin schon sehr neugierig. Es wird toll, es wird spannend und überhaupt. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Es ist ein heißes Brot und es ist ein Schildkrötenbrot. Der Alte Knacker hat's einfach mal so auf den Rücken gelegt. Nur um so zu verhindern, dass es unten feucht wird, das Brot. Ja, ich war fleißig. Ich habe schon selbst persönlich ein Flipper-Spielfeld eingepackt. Das Kind kommt mit seiner FFP2-Maske entgegen. Da fürchte ich mich gleich. Und habt ihr schon die tolle Frisur von meinem Sohn gesehen? Er ist der giftzwergigste Kerl von uns überhaupt. Das hat er schon als Frühchen so gemacht. So, hier habe ich das, aber so was. Seht ihr das? Nö. Hier, so was. Von uns überhaupt habe ich da ins Spielfeld eingepackt. Ja, schauen wir mal, was der Hermes-Paket-Dienster sagt, wenn er das mitnehmen soll. Ich fahre jetzt testen, Covid-testen, damit ich da am aktuellen Stand bin. Habe zwar niemanden getroffen, aber sicher ist sicher. Und dann schauen wir weiter. Morgen ist ja Fasching. Ich war gerade bei der Testung. Wowern da viele Leute. Die sind bis auf den Egon-Ski-Platz rausgestanden. Ratzfatz, sehr viele Menschen angestellt. Aber schnell gegangen. Zack, zack, machen die das. Wiu, 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 wiu. Das machen die. Ja, ich habe beschlossen, dass ich heute die letzten Kürbisse verarbeite. Ja. Die zwei Kollegen sind noch übrig. Drei waren schon nicht mehr sehr hübsch und genießbar. Die sind dann im Ofen gelandet. Und jetzt geht es aber ratzfatz. Die Schulkinder machen Schule. Ich mache Essen. Ah, und ich schimpfe mit einem Kind, dass den Esstisch nicht abgeräumt hat. Kind! Ich habe den Montag zum Kochtag erklärt. Ich habe schon erfolgreich gemacht. Eine Kürbiskartoffelcreme-Suppe. Die schaut dann so aus, wenn sie angerichtet ist. Ich habe erfolgreich gemacht. Grieß-Kartoffel-Mischknödel. Ich habe erfolgreich gemacht. Eine, was heißt eine, zwei Liter Bratensauce. Und dem nicht genug. Ich habe noch selbstpersönlich inzwischen an den jungen Mann delegiert, zwecks Rühren. Eine Pfeffersauce. Und wenn ich sage Pfeffersauce, dann meine ich Pfeffersauce. Wow, ist das Pfeffer, die Soße. Ja, und damit ihr das alles auch seht und nicht heute, mache ich da ganz wunderbare YouTube-Videos draus. In den nächsten sechs Wochen gibt es Koch-Videos. Ja, und es gibt Faulenza-Videos. Solltet ihr nicht verpassen, immer Dienstag um 12 Uhr auf diesem YouTube-Kanal. Kabel Plus hat ein paar Cisco-Teile geschickt. Deshalb fahre ich jetzt mal in die Schule und werde dort die neuen Router aufstellen. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich heute ganz tags eigentlich am Server war. Und von hier aus alles beobachtet habe. Ist mir nichts aufgefallen, dass etwas nicht passen würde. Muss ich jetzt auch dazu sagen. Also war definitiv das Modem mal kaputt. Aber nicht mein Problem. Puh, die Frage, wie man das... Ja. Okay, schauen wir mal. Ich werde mal arbeiten und dann reden wir weiter. Hm? Ah, es hat gepinkt. Die Covid-Zahlen und Fakten, die kommen jetzt und wir lassen uns überraschen. Ich bin übrigens heute wieder negativ getestet worden. Wir haben einen leichten Zuwachs, kann man sagen. Wir haben 1.193 laborbestätigte Fälle, 27 Verstorbene und 1.184 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist 107,3. Laborbestätigte Fälle sind 431.087, aktive Fälle 20.970, im Spital 1.056, auf der Intensivstation sind 255, durchgeführte Testungen sind 11.763.032, Verstorbene 8.128 und Genesene 401.989. Nachmeldung 175. Die letzten 4 Tage im Vergleich, wir haben am 11.02.1589 Fälle, am 12.02.1335 Fälle, am 13.02.1204 und am 14.02.1018 laborbestätigte Fälle. So, was ist heute ausgeblieben? Ausgeblieben ist das Kasperl-Theater, dass in der Schule was nicht geht und das, obwohl ja nur das Modem getauscht wurde. Ich habe übrigens den Kabel-Plus-Techniker seinerzeit gefragt, warum man so Billig-Modems ausliefert und nicht vernünftige. Denn wenn ich jetzt sage, das Modem muss einmal im Jahr getauscht werden, ist der Techniker anderthalb Stunden beschäftigt. Das kostet doch mehr als ein vernünftiges Modem. Er hat gemeint, ja, da ist was dran. Tja, so ist das ja bei uns auch. Warum soll es bei Kabel-Plus anders sein? Das Modem ist getauscht. Ich habe heute schon die neue Firewall in Betrieb genommen. Jetzt muss ich noch die IP-Ranges umstellen, weil, also Firewall, den neuen Router, den Cisco, den sie jetzt da hingestellt haben, dann gibt es keine Ausreden mehr. Und ich habe heute eigentlich keine Probleme beobachtet. Das heißt, es ist irgendwas nicht gegangen, hat sich aber keiner gemeldet, was soll ich tun? Gut, für mich das Thema abgeschlossen. Morgen werde ich nicht viel tun diesbezüglich. Meine Frau ist so hübsch, sie sitzt da drüben und sie schaut so britisch. Ich mache mal Pause und frage sie mal. Ja, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich ja heute, und das war ein eigentlich, und ihr wisst, was eigentlich heißt. Eigentlich heißt das eigentlich, dass eigentlich ein Schmein ist. Ein bisschen für mein Windows 3.0 machen, so ein bisschen Datenträger vorbereiten und so. Und kopieren, nämlich so Software auf Tauschordner, von Tauschordner auf Pentium 1, von Pentium 1 mit LabLink auf C618. Ihr kennt es euch aus. Ach, das macht Spaß da. Nur daran denken und man lächelt schon. Ist nicht passiert. Es waren halt diverse Computerdinge. Ich habe ja gekocht und die gute Nachricht, ich habe heute Videos produziert, also nicht produziert, aufgenommen. Und zwar das Video, das ich schon seit über eineinhalb Jahren machen will, von wegen zu faul sein, um aufzustehen, wenn man YouTube schaut. So, endlich habe ich es gemacht. Ich hoffe, es ist ein bisschen was geworden. Ich habe zwei Kameras, habe ich. Und zwar mit dem CF300, also nicht mit, heißen die beiden? XF heißen sie, nicht CF, jetzt bin ich schon ganz auf CF. XF300, nicht mit den kleinen. Haha, ich habe aber, ich sage es euch. Haha. Ja, apropos, morgen kommt ein ursüßes Video auf den Kanal um 12 Uhr. Morgen um 12 Uhr, ein ursüßes Video. Ein Zahnpasten-Video. Schaut euch das an. Das ist super. Schaut sich das an. Ich werde euch morgen nochmal erinnern. Ja, ich habe viel Computerkäse gemacht. Und dann habe ich ein paar sehr delikate Themen wieder behandelt. Und diesmal aber erfolgreich zur Abwechslung. Oder gleich erfolgreich. Und jetzt habe ich gerade wieder ein Notebook bekommen, von dem ich die Daten auslesen soll. Und auf ein neues Notebook übertragen soll. Die übrigens, ja, ja, ihr habt es richtig gehört. Ich habe neue Notebooks bekommen. Ja, die, die wo in Meyers kommen sollten. Heute, selbstpersönlich hereingetragen. Einer ist schon ausgepackt und angesteckt. Und TeamViewer ist schon drauf. Oh, ratzfatz ist das gegangen. Jetzt kommt noch die Installation. Dann schieße ich da die Daten rein. Und der wird dann schätze ich mal morgen ausgeliefert werden. So mache ich das. Eines habe ich in Reserve. Wenn jemand ganz dringend ein gutes, teures Notebook will, ruf mich an. Tja, meine hübsche Frau sitzt da drüben und ist total fertig. Die war jetzt gerade eine halbe Stunde mit den Kindern allein. Und der Hund hat heute ganz schlimme Dinge in der Früh gemacht. Wir wollen nicht näher drauf eingehen, oder? Was soll denn das schon wieder heißen hier? Ach so, das passt. Ja. Und kottern kann ich nicht trippen. Keine Ahnung. Hört ihr das? Das ist er. Wird nichts. Keine Ahnung. Ja. Bin hoch auf. Ich werde heute noch ins Büro gehen. Ich werde heute in den Kuhstall gehen und noch mindestens, mindestens ein Word und ein Excel installieren. Und ich hoffe, mein Sohn wird mir helfen. Hilft er mir? Vor ein paar Wochen war er noch ganz feuer und Flamme für alte Computer. Und jetzt ist es... Mein Android kann alles. Ist das Motto. Ja. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Ja. Kochvideos habe ich gemacht und das Sofa-Video habe ich gemacht. Da bin ich voll begeistert. Das heißt, theoretisch habe ich heute sechs Videos produziert. Also aufgenommen, nicht produziert. Zu schneiden ist das nicht so lustig. Das ist nicht so locker wie beim Covid-Flog oder Coronavirus-Tagebuch oder Neu-Legba-Flog. Da ist nicht mit einfach Blödsinn reden und Dings. Da wird geschnitten und auf die hundertstel Sekunde genau. Und mit Farbkorrektur und von und zu überhaupt mache ich da... Puh, ihr habt ja gar keine Ahnung. So richtig professionell. So wie die Profis aus Film und Fernsehen und YouTube. Ja, so mache ich das. Gut. Mir geht es nach wie vor am Miserable. Miserable. Spielt sich jetzt schon überall wieder. Also ein Gesamt-Miserable. Morgen ist es Faschings-Dienstag. Habt ihr das gewusst? Ja, da wird es... Wir haben fix vor, Krapfen zu essen. Das ist der große Plan. Werden wir einen Krapfen morgen essen? Da ist nicht so... Sondern... Ja, das ist schon besser. Wechselbike ist weg. Und... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, gedämpft. Wenn ich gedämpft bin, dann muss auch das wieder gedämpft sein. Aber ich könnte ja wieder positiv werden, wenn ich in den Kuhstall gehe. Wobei im Kuhstall habe ich jetzt das Thema, dass ich ja die Stäranlagen so schön aufstapeln will. Diese 42 cm Recks. Und jetzt habe ich aber entschieden, dass ich die Schultische rausschmeiße, weil die so hässlich ausschauen, wenn die so hoch oben sind. Und vor allem die Stäranlage dann so hoch ist, dass sie über meinen Lehrbrief drüber steht. Das geht ja nun wirklich nicht, oder? Stäranlage kann doch nicht vor meinem Lehrbrief stehen. Ich meine, hallo? Ist unmöglich. Nein, kann man nicht machen. Und deshalb habe ich den rausgeschmissen. Jetzt ist es aber so, dass der Boden, den ich dort gemacht habe, auf der Rampe habe ich ja diese Bretter gemacht, viel zu niedrig ist. Und wenn ich aber jetzt anfange, den Boden höher zu machen, dann ist der auf derselben Höhe wie die Computer. Und dann bin ich schon wieder verleitet, einen Computer da drauf zu stellen. Weil für die Stäranlagen ist das eh viel zu schmal. Das würde dann heißen, ein Komplettumbau. Das kann man nicht machen, oder? Ich bin so ein bisschen im Wiegel-Wogel. Ich weiß aber nicht so recht, was ich unter diese Recks stellen soll. Und wenn ich jetzt ein 10-Zentimeter- oder 15-Zentimeter-Ding hätte, das ich unterdirekt drunter stelle, dann wäre das von und zu überhaupt perfekt. Vielleicht werde ich mir da irgendwie so... Agnes, kann ich das Routergerät verwenden? Ich routere nicht, aber weg kommt es auch nicht. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem aufregenden YouTube-Kanal. Es ist unglaublich, es ist wunderbar, es ist ja eine Lenkbruch-Flog. Bis dann, bis dann, bis dann.